Barbershops, gibt es hier auch in Erfurt, oder? Haben die hier auch so Namen, so lustige? Nasar. Oder war das Nasar? Die heißen meist wie Dönerläden. Wie heißen denn hier Dönerläden? Nasar am Spieß? Also, was? Die heißen wie Dönerläden. Jetzt weiß ich, ich habe mir letztes Mal einen Döner gekauft und war so irgendwie... Ja, das ist wie aus einem Pornofilm in den 70ern.